Ich weiß nicht, jeder, der mit Pferden zu tun hat, hat das sicher schon mal von nicht reitenden Bekannten gehört. Wenn die mal ein Turnier gesehen haben oder im Fernsehen was gesehen haben, dann kommt ja oft die Frage, wie bringt ihr eigentlich das den Pferden immer bei? Und als Reiter sagt man meistens, ja, es gibt da so Hilfen und darüber kann man das dann erarbeiten. Aber hat sich einer schon mal die Frage gestellt, wie begreift ein Pferd eigentlich welche Hilfe was bedeutet und was es darauf machen muss. Das Wissen um die Instinkte und Bedürfnisse des Herden- und Fluchttiers Pferd ist ein Baustein für eine vertrauensvolle Mensch-Pferd-Beziehung. Auch erfahrene Pferde können auf ungewohnte Außenreize in angeborene Verhaltensweisen zurückfallen. Instinkte lassen sich nicht löschen. Ja, warten, 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 warten. Wenn man manchmal so Reiter hört, die sagen, Mensch, der muss da jetzt durch und jetzt kriegt er einen auf den Hintern und so und der muss es doch lernen. Abgesehen davon, dass es relativ dumm ist und auch sehr grob mit dem Pferd dann so umzugehen, bringt es auch nichts. Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist. Dieses gegenseitige Vertrauen. Dass ja auch der Reiter dem Pferd signalisiert, ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Lernen geschieht einmal über Gewöhnung, einmal über die sogenannte klassische Konditionierung und dann auch über die sogenannte operante Konditionierung. Klingt alles furchtbar theoretisch, werden wir aber in diesem Video in der Praxis mal deutlicher erklären. Der Vorteil der Gewöhnung und der Überlagerung gegenüber dem Unterbinden einer unerwünschten Reaktion, da bei aller Konsequenz kein negativer Druck ausgeübt wird, entwickelt das Pferd nach und nach Vertrauen in die Situation, in seinen Reiter und in sich selbst. Schenkelhilfen, Zügelhilfen basiert halt auf der negativen Verstärkung. Und sagen viele, oh Gott, oh Gott, ich möchte aber für mein Pferd überhaupt nichts Negatives. Dabei hat negativ wissenschaftlich gesehen überhaupt nichts Wertendes, sondern negativ heißt, ich nehme etwas weg. Und jetzt positive Verstärkung hieße, hm. So, man kann sich jetzt vorstellen, der Moment der Belohnung, der kommt viel zu spät. Loslassen, Elke, ist immer die Rückmeldung für das Pferd, ah, ich habe was richtig gemacht. So eine neutrale Faust, also weder angespannt noch, wer weiß wie, weg, sondern nochmal lockerer, 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 lockerer. Nur aus einer entspannt ruhigen Schenkellage lassen sich die notwendigen Impulse sicher und verständlich setzen und ermöglichen dem Pferd, die Aktionen des Reiterbeines zu verstehen. So, das war so ein Moment, wo du mit einer ganz energischen Hilfe mal Klartext reden musst. Am Ende eines jeden Trainings, egal wie intensiv und anspruchsvoll es gewesen sein mag, sollte ein Pferd immer einen entspannten und zufriedenen Eindruck machen. So, das war so ein Moment. 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 Vielen Dank.